Hat Tommy Fury mit seinem Lebensstil Molly Mae Haig frustriert? Die beiden Love Island Stars haben letzte Woche ihre Trennung bekannt gegeben. Schon länger soll es in ihrer Beziehung Probleme gegeben haben. Insider berichten, dass die unterschiedlichen Lebensstile der Grund sein könnten. Molly Mae kümmerte sich um ihre Tochter Bambi, während Tommy beruflich viel unterwegs war. Bei einem Trip soll Tommy sogar eine andere Frau geküsst haben, was Molly Mae zur Trennung brachte. Zeugen berichten, dass er diesen Kuss in Nordmazedonien wenig diskret öffentlich zeigte. Ein Video davon wurde Molly Mae zugespielt, woraufhin sie ihn noch vor seiner Rückkehr abservierte. Passagiere des gleichen Fluges beschrieben Tommy als aufgebracht und ständig am Handy. Seit ihrer Love Island Romanze galten sie als Traumpaar und hatten sich erst kürzlich verlobt. Quellen behaupten nun, dass Tommy schon mehrfach fremdgegangen ist. Molly Mae ist enttäuscht und dachte, sie könne ihm vollkommen vertrauen. Ob die beiden sich öffentlich dazu äußern werden, bleibt abzuwarten. Typen Mann Mann Untertitelung des ZDF für funk, 2017